Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Firefox OS, die Batterieeinstellung. Die Batterieeinstellung findet man unter Einstellungen, dann wandert man in den Bereich Gerät und hier klickt man jetzt auf Batterie und es wird angezeigt, wie viel Prozent Energie die Batterie nun noch genau hat und zwar hier 100 Prozent. Ebenso gibt es einen Energiesparmodus, den man aktivieren kann und wieder deaktivieren kann und ebenso gibt es hier noch die Einstellung Automatisch aktivieren bei Mi oder bei 5 Prozent Akkuladestand, bei 15 Prozent Akkuladestand und bei 25 Prozent Akkuladestand. Hier ist erstmal nie eingestellt. Wenn man den Energiesparmodus aktiviert, dann gilt folgendes, ich lese mal vor, das Aktivieren des Energiesparmodus deaktiviert die Daten- und Bluetooth-Verbindungen sowie die Standortbestimmung, um die Laufzeit der Batterieladung zu erhöhen. Sie können diese Dienste weiterhin manuell aktivieren. Wenn es dir geholfen hat, dann mach ein Abo. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück! ! Untertitelung mit der ZDF für funk, die Laufzeit die Federung der ZDF für funk, die Laufzeit der FK, und die Laufzeit der ZDF für funk, das macht ein Abo. die Laufzeit des ZDF für funk und Sticker unter der ZDF für funk. Jetzt kann man den Anfeinigung überreisen. Ich will nicht auf sein, die Laufzeit der ZDF für funk und Raufzeit. Die Laufzeit der ZDF für funk und ZDF für funk und ZDF für funk, äußern taxiert, das war innerlich. Vielen Dank.